Ich bin Paola. Juna. Ich habe eine Hautkrankheit. Ich darf mich nicht im Sonnenlicht aussetzen. Lässt du mich rein? Ich kann nicht. Wegen deiner Krankheit? Nein. Was es auch ist, was du hast, ich komm damit schon klar. Nein. Lass mich rein. Du hast mir nicht gesagt, dass du ein Vampir bist. Was glaubst du, was letzte Nacht geschehen ist? Sag mal, verarschst du mich? Mach dir keine Sorgen, dir kann nichts passieren. Nicht, wenn wir es so machen. Meine Welt ist nun deine Welt. Und ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Ich fühle mich irgendwie high. Unglaublich, was ich vorher alles nicht wahrgenommen habe. Leute, die Vorspeisen sind fertig. Zum Wohl. Es ist nicht ihre Welt, es ist unsere. Wir sind die Monster. Hi, ich bin Mimi. Junas Schwester. Ich mach mir Sorgen. Sie ist instabil. Wohin könnte ich sonst gehen, Juna? In ein Hotel? Sie ist komplett außer Kontrolle. Was für eine Scheiße tut die hier? Dass die Zivilisation nichts weiter als eine Ansammlung moralischer Gesetze ist. Und wenn diese gebrochen werden, dann folgt die Bestrafung. Ich wollte dir einen Drink spendieren. Kein Durst? Komm her und küss mich. Komm her und küss mich. Hast du Angst? Nein. Ich hätte alles getan, um mit dir zusammen zu sein. Egal wie verrückt das wird. Kopf hoch, Kumpel. Die ersten 100 Jahre sind unerträglich. Dann wird es leichter.